Schrei mich doch nicht gleich so an, Mann. Ich bin sensibel. Das machst du immer. Du stehst auf einmal hinten hier. Oh, was geht's nicht? Ja, das kommt daher, dass er so unauffällig anpirschen heißt das. Warum tut er das? Wer muss jetzt durch Stargate gehen? Vorsicht, er steht überhaupt hier, oder was? Brian, drückt mal näher heran, ständig so weit abseits. Ihr dürft ruhig alle ein bisschen näher kommen. Okay. Deswegen Gro. Guten Tag. Hallo. Na denn? So? Kommt mal näher hier. Ja, gerne, Frau Füste. Bitte? Bitte? Oh! Wir wollen jetzt... Ja, ist ja gut, ich geh schon hier rüber. Nö. Alle bereit? Warte mal, ich muss mir noch die Schuhe zubinden. Du hast Klettverschluss. Reden, ist das dein Ernst? Okay, kann losgehen. Okay, kann losgehen. Wo steht denn Brian? Liebes Brautfahrer, sehr geehrte Frau Zeugen, verehrte Eltern und großherde, liebe Freunde und Bekannte des Brautfahrers. Roman, du bist ja leise. Für dich werde ich lauter reden. Sicherlich haben sich alle... Einmal alle den Nullmuskel bedienen, bitte. Sicherlich haben sich alle heute auf den heutigen Tag sehr gefreut. Mein Name ist Roman Heisenberg, die ich als Beamte. Deshalb freue ich mich heute, auch ganz besonders das Glück zweier Menschen mit dabei zu berühren und sie bei dem ersten Schritt in ihrem gemeinsamen Leben zu begleiten. Mir macht es sehr viel Freude, mir meine Gedanken zu einer kleinen Ansprache zu machen, bzw. mir zu überlegen, wie ich diesen Moment für sie vergesst nicht mache. Jedes Paar ist anders. Jedes Paar hat seine ganz individuellen Vorstellungen und Ziele für die Ehe. Ich will es denn noch wagen, Ihnen heute ein Rezept für die Ehe mit auf den Weg zu geben. Er stammt von Karl May, der durch seine Abenteuer-Romane vorringt wurde, offenbar auch eine gute Ehe fühlt und es lautet 3 von Liebe, etwas Glück, von Marantz, gutes Stück, Paprika und Prosenmüll, mein Gott. Paprika und Prosenmüll, etwas Pfeffer gibt es dazwischen. Treue rühre ich mich noch in Ihnen ein und die Ehe wird glücklich sein. Sie haben sich zueinander hinzugefühlt und dem Wunsch verspürt, zukünftig viel Zeit gemeinsam zu verbringen und viel voneinander zu erfahren. In diesen Zeiten haben sie festgestellt, dass sie einander vertrauen können. Sie haben vier Gemeinsamkeiten entdeckt und gemerkt, dass sie gut harmonieren und untereinander und einander schätzen. Aber sie haben natürlich auch unterschiedliche Interessen und gegensätzliche Eigenschaften gefunden. Doch sie haben beide notwendige Toleranz mitgebracht, um die Eigenheiten des anderen zu akzeptieren. Sie haben verstanden, dass alle Eigenschaften sehen müssen. Auch um die Einzigartigkeit des Menschen zu erkennen. Und das gerade durchgezeichnete Ideen die beiden in ihrer Beziehung spüren. Und das Tanzen gestalten können. In dieser tollen Beziehung spielen ja immer wieder viele Zutaten oder Faktoren eine Rolle. Doch die wichtigste Zutaten derjenigen, die ihr erst richtig aufgehen lässt, ist die Liebe. Das haben auch sie erfahren, als sie intensive Gefühle füreinander entwickelt haben. Die Liebe sorgt am Anfang in der Beziehung für das berühmte Kribben im Bauch. Sie schenkt ein Gefühl der Geborgenheit und sie entwickelt sich im Laufe der Jahre zu einer Empfindung tiefer Zusammengehörigkeit. Die Liebe gibt beiden die Gewissheit, die zueinander da zu sein. Sie ist bereit, in allen Phasen des Lebens zueinander zu halten, wie Freunde, Freude und Leid miteinander zu teilen. In schönen Zeiten spürt man die Liebe ohnehin. In traurigen Zeiten fühlt man sich gleich missverstanden oder gar verloren. Doch dann reicht oftmals eine kleine Geste. Ein liebvoller Blick, eine Umarmung, um dem Partner oder die Partnerin zu zeigen, ich halte es für hier und kann sich für dich verlassen. Liebe heißt auch Fehler zu verzeihen. Den anderen mit allen seinen Stärken und Schwächen zu akzeptieren. Liebe heißt die Wünsche und Bedürfnisse des Anderes zu erkennen und ihnen gegenzukommen. Der argentinische Arbeiter George Bucay hat in einem seiner schönsten Texte Ich will die ideale einschränkte Liebe folgendermaßen formuliert. Ich will, dass du zu mir gehörst, ohne über mich zu urteilen. Ich will, dass du mir deine Meinung sagst, ohne mir Ratschläge zu erteilen. Ich will, dass du mir verhaust, ohne etwas zu erwarten. Ich will, dass du mir gehörst, ohne mich zu entscheiden. Ich will, dass du mich sagst, ohne mich zu ertrücken. Ich will, dass du mich siehst, ohne dich mir zu erzählen. Ich will, dass du mich umarmst, ohne mir den Atem zu rauben. Ich will, dass du mir mitmachst, ohne mich zu bedrängen. Ich will, dass du mich hältst, ohne mich festzuhalten. Ich will, dass du mich beschützt, aufrechtlich. Ich will, dass du dich näherst, doch nicht als Eindringer. Ich will, dass du alles kennst, was dir am Weg missfällt. Dass du akzeptierst, versuchst, das nicht zu ändern. Ich weiß, dass du weißt, dass du heute auf mich zählen kannst, Bedingungen zu nehmen. Liebe heißt es an sich und an der Partnerschaft zu arbeiten und immer wieder einen neuen Anfang zu wagen. So wie es für heute kommt. Denn aus Liebe haben sich zwei entschieden, einen neuen Weg in ihrem Leben einzuschlagen. Einen Weg, den sie gemeinsam schreiben wollen. Und so sehr sich ihre Liebe im Laufe der Jahre aufwandeln mag, so wird doch immer die Basis für alle harmonische Ehe sein. Und nun möchte ich zum wesentlichen Teil der Traumung kommen. Ich frage nur den Bräutigam. Wollen Sie mit der hier anwesenden Braut die Ehe eingehen? Mitantworten Sie bitte mit Ja. Ja. Nachdem Sie beide von mir und ihren Gästen erklärt haben, dass sie miteinander die Ehe eingehen wollen, erkläre ich hiermit die Kraft des Gesetzes für rechtswidrig verbundene Eheleute. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre gegenseitige Liebe so endlos sein wird wie die Ränge, die Sie sich nun anstecken werden. zwischen den Dach und demnach, die Sie sich nun anstecken haben. Was ist denn der Fang, Bruder? Ja. Sie dürfen nur die Braut küssen. Wupp 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 Dankeschön. Das ist auch nicht reden oder völlig ruhig. Dankeschön.